so nun kommt der liebe schöne wirklich schöne größe vielleicht und es könnte sein der schwanz aus gute frage schön und gefilmt mein beuteschema der rüde scrabby so nicht in jahr klein jahr geboren 2009 sind ungefähr also 45 jahr hat das hat so ja wie immer so der liebe schöne scrabby kam am 15 11 23 auch oder genau ein jahr in tier ins tierheim nachdem der besitzer bei einem brand ums leben gekommen ist und geht das natürlich hatte es zu beginn seines tier im aufenthalt sehr schwer sich einzugewöhnen er wollte keinen kontakt knurrte uns an und verließe ein zwinger auch nicht zum gasse gehen ich kann mir vorstellen der kleine mann muss gar nicht los war und morgen noch mit dem herrschen sofa gesessen spazieren gegangen umgetobt man sie doch hat es gut gehabt wissen also die rippen und dann auf einmal tag später in dem zwinger mit anderen hunden mit fremden leuten okay aber nach einigen wochen hat er sich etwas an eingewöhnt und sich geöffnet sehr gut er ist sehr ein sehr lieber rüde mit einem netten sanften charakter ja lieb spaziergänge streicheinheiten mag es sehr zu kuscheln ja mein freund das ist das beste bei dir an gewohnheiten die du haben kannst lieber hund zu kuscheln perfekt scrabby versteht es gut mit hündinnen mag aber nicht alle rüden kenne ich selber auch manche grausel mag auch alle hündinnen aber nicht alle rüden von daher aber das sieht so ähnlich aus wie ja so wie der billy von meiner schwester der hund aber auf jeden fall wäre mein beuteschema nun zweiten rüden neben einem rüden wird er gegeben der spaß hat ja schön toll und also wer einen kleinen lieben hund zu kuscheln sucht man frau bärchen älteres bärchen bestimmt auch er kann sich hier bei hundefreunde ich will leben die frau melden hier oben die url unten im text noch mal die domain url verlinkt ein toller und ein toller verein kannst du 100 daumen hoch geben vielleicht für den einen oder anderen eine chance für für den menschen und für den hund team zu werden ich wünsche alles gute du wirst bald vermittelt weiter so mach's gut